Was ist das, was du in meinem Dorf gelernt hast? Habe ich das nicht sehr früh gelernt? Habe ich das nicht gelernt in meinem Dorf, als ich das wir und die anderen täglich vor Augen hatte. Wenn ich den Polizisten traf, es war einer im Dorf, musste ich guten Tag sagen. Wenn ich andere Leute traf, sagte ich Boczkoalene. Und außer den Polizisten waren es die Krankenschwestern bei uns im Schloss. Mit denen musste man Deutsch sprechen. Es war ganz einfach. Sie sprachen, sie hatten eine Sprache, ich hatte eine Sprache. Und da sie meine nicht verstanden, nahm ich ihre und daraus ergab sich gar nichts. Ergab sich kein Gefühl einer Fremdheit. Für mich ergab sich etwas, dass ich eine andere Sprache kennenlernte, besser kennenlernte, indem ich mit ihnen sprach oder zu sprechen gezwungen war. Und später, als ich dann Gymnasiast in Bautzen war, dann waren es auch nicht. Dann war, in den ersten drei Jahren lebte ich ganz unmittelbar am Dom. Und da gab es, und das war ein Proletarierviertel. Und das war eine Zeit der Arbeitslosigkeit. Und die Jugend war damals genauso ohne Aussicht, wie sie zum großen Teil heute ist. Und also gab es eine richtige kleine Bande. Und zu der Bande gehörte ich auch, ganz selbstverständlich. Und wir lieferten uns einmal sogar eine Schlacht mit der städtischen Polizei. Die bestanden nur aus zwei Mann. Aber fremd waren die einen und die anderen überhaupt nicht. Fremd als Macht war der Polizist. Das war eins. Vers 하는 Ricardo. Fürlich waren die zwei ... ... die nächste